Wir leben in einem Überfluss und das heißt, das bezahle ich als Kunde im Supermarkt alles mit, weil es wird ja nicht alles verkauft. Es ist imprävisible, es ist nicht so, was der Künstler will essen. Es ist sehr schade, es ist sehr schade. Es ist eine Brübelle, es ist eine Schade. Also insgesamt werden 40 bis 50 Prozent aussortiert und dann kommt man schon ins Nachdenken. The computer checks the color to make sure they're right and if they're the wrong color they get zipped off to the side and thrown away. Es gibt wirklich Bäckereien, die haben 20 Prozent der Ware über. Das ist eigentlich zu viel. Brot hat nahezu den gleichen Heizwert wie Holz, von daher brennt es sehr gut. Also wenn alle Bäckereien in Deutschland das so ähnlich machen würden wie wir, könnte man sich ein ganzes Atomkraftwerk sparen in Deutschland. Es gibt Dinge aus dem Cameroun, die ich hier sehe, die mir so schlecht sind. Das ist ein grosses Gaspillage. Wir müssen nicht essen. Ihr solltet ihr meine Eltern und meine Frau? Wir müssen eine ganze Zeit essen? Nein. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018